Aufpassen, aufpassen! Genau, schön, schön, schön! Bleib dran! Komm, richtig eng an den Rand! Wenn du kannst, wenn die Chance da ist, gibst du die Rechte an die Hüfte! Dann noch weiter Nordrück gehen! Geh ruhig weiter rum! Wanderum, Wanderum! Weiterum! Du weißt, was er sagt! Lässt du nicht zu! Weißt du nicht zu? Lässt du nicht zu, Marc! Weißt du nicht zu, ne? Ja, genau, geht doch! Auffassen, Marc! Was hast du gesagt? Was hast du vor? Mach! Noch mal, dann an's Wein! Ja, da, da, da! Ja, da, da! Ja, da! Ha, da, da! Ja, da! Ja, da, da! Marc, bring ihn runter. Auch kombinieren, ne? Dran da! Wenn er mit so langen Armen hinterher läuft, dann geht's zum Take-off. Lass dich irritieren. Sehr schön. Du weißt also vor, leider immer aufmachen. So cool, wenn er in der Lage ist, ist super. Ja, schön. Jetzt pass auf den Lecker noch mal. Komm direkt mit, direkt mit. Hüfte rein. Genau, weiter raus. Knieder rein, Knieder rein, das untere. Komm weiter rein, nicht aufhören. Pass auf, ihr werdet an der Kunde, Kopf bleibt im Nacken. Kopf ist im Nacken. Stabilen Nacken. Kopf im Nacken lassen, Marc. Weg, weg, weg. Egal, Punkt heiler. Komm, jetzt nach raus, Arbeiten. Vorsicht, pass auf den Arm aus. Genau, guck mal, mach doch Platz, da kommt doch Platz. Da geht's drauf. Komm weiter, bericht ruhig klein. Nach links. Hieb das Bein auf. Komm, erstmal Halbkart, schön zur Halbkartarbeit. Elbungen auf dein Knie. Ah, super. Wieder. Komm, Marc. Halt auf deine Arme auf. Halt auf deine Arme auf. Sweep, sweep. Ja, du kannst noch störe dich einfach oben haben. Nicht den Arm allein lassen. Sweep nach rechts. Jetzt. Erstmal Halbkart. Rund, rund, rund. Schimmert. Ja, Prost. Komm, bricht man dich auf deine Arme gegen den Oberschickel. Erstmal Halbkart. Erstmal Halbkart und dann Spiel. Ja, das ist auch schon mal ein bisschen zu schicken. Ja, das ist auch nicht so gut. Ja, das ist doch nicht so gut. Das ist doch nicht so gut. Komm, Marc. Du willst die Arme haben? Nein, du kannst jaecke. Hm. Das ist doch nicht so gut. Das ist doch nicht so gut. Dotz von der Arme hier. Ich ziehe auf. Ja, das sind die Arme haben. Entweder wenn du da hast oder du. Wenn du da bist oder so, dann kannst du das weg. Ja, weh. Das war okay. Dann hatte ich mir zu seinem Team. Ja, doch. Sie sind nach rechts. Zweite.